Guten Abend, haben Sie noch ein Zimmer frei? Oh, das tut mir leid. Alle Zimmer sind belegt. Und das, obwohl wir unendlich viele Zimmer haben. Und da kann man nichts machen? Warten Sie mal, ich hab da noch eine Idee. Wie heißt es doch so schön, einer geht noch, einer geht noch rein. Könnten Sie bitte in das Zimmer 2 umziehen? Das Zimmer 1 wird für einen neuen Gast benötigt. Wenn es Ihnen hilft, kein Problem. Ich hab meinen Koffer sowieso noch nicht ausgepackt. Entschuldigung, Sie müssten bitte in Zimmer 3 umziehen. Was? Ist doch egal, ob ich Zimmer 2 oder 3 bin. Leider nein, das hat wichtige mathematische Gründe. Mathematische Gründe? Na, wenn Sie es sagen. Also gut. Könnten Sie bitte umziehen in Zimmer 4? Nein, danke. Ich möchte kein Bier. Nein, kein Bier. Zimmer 4. Sie müssten bitte in Zimmer 4 umziehen. Aber nur unter Protest, junger Mann. Das Zimmer 1 ist jetzt schon mal für Sie frei. Wow, wie haben Sie das denn jetzt hinbekommen? Kein Problem. Ich zeige es Ihnen. Schauen Sie her. Jeder Gast wird einfach in das nachfolgende Zimmer verlegt. Gast 1 wechselt in Zimmer 2, Gast 2 in Zimmer 3, Gast 3 in Zimmer 4 und so weiter. Aber der letzte steht dann doch auf dem Flur und hat kein Zimmer. Das Problem haben nur normale Hotels. Das Hilbert Hotel hat aber unendlich viele Zimmer. Daher gibt es einfach kein letztes Zimmer und somit auch keinen letzten Gast, der leer ausgeht. Cool. Kurz gefasst heißt das also, dass unendlich plus 1 gleich unendlich ist? Richtig. Da können Sie sich aber glücklich schätzen, dass nicht ein ganzer Bus mit 20 Personen angekommen ist. Auch das ist für das Hilbert Hotel kein Problem. So wie ich vorhin jeden Gast einfach ein Zimmer weitergeschickt habe, schicke ich dann einfach jeden Gast um 20 Zimmer weiter. Den aus Zimmer 1 in Zimmer 21, den aus Zimmer 2 in 22 und so weiter. Dann findet jeder ein neues Zimmer und die Zimmer 1 bis 20 habe ich für neue Gäste frei. Also ist sogar unendlich plus 20 gleich unendlich. Faszinierend. Aber wenn jetzt unendlich viele neue Gäste kommen, sind sie endlich ausgebucht, oder? Oh je, den Fall hatte ich auch noch nicht. Da muss ich mich an meinen Chef wenden. Die Unterbringung von weiteren unendlich vielen Gästen gestaltet sich schon etwas schwieriger, aber mit der richtigen Methode bekommen wir auch das hin. Sehen Sie hier, ich weise jedem Gast das Zimmer mit der doppelten Zimmernummer zu. Der Gast aus Zimmer 1 kommt in Zimmer 2, der aus Zimmer 2 in Zimmer 4, der aus Zimmer 3 in Zimmer 6 und so weiter und so fort. Ah, das ist wieder so eine Regel, mit der die Gäste umquartiert werden. Aber reichen die frei gewordenen Zimmer jetzt auch für die unendlich vielen wartenden Gäste vor der Tür? Da alle bisherigen Gäste jetzt gerade Zimmernummern haben, sind alle ungeraden Zimmernummern frei. Und das sind natürlich unendlich viele Zimmer. Dann ist ja sogar unendlich plus unendlich gleich unendlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin beeindruckt und werde das Hilbert Hotel online gerne mit 5 Sternen bewerten. Vielen Dank. Vielen Dank.